Das gefällt mir ganz gut Doppelbett Kann man sich da zu zweit reinlegen? Man kann da auch zu dritt glaube ich rein Was? Wie geht denn das, Alter? So mit Cathy wollen sie sich auch zu mir legen Geht's mir wieder gut? Wie geht denn das, Alter? Geil, ne? Es kommt auch noch, hallo! Delphi, Delphi, geh mal raus Geh mal raus Blub Der Gerlach bekommt ein Kind Delphi kommt auch rein Der Franz bekommt Zwillinge Komm doch mal aufs Bett Willst du heute sein? Pass auf Delphi, die erste Welt kommt Ich komme Ich komme Fum Fum Aaaaaaah Ja, ich will raus Ja, ja Boah, halt, Alter Warte, warte, warte Du musst nicht drum machen Könnt ihr vielleicht mal im Nebenrum Eure schlimmen Sekt hin? Ja, Entschuldigung Jo, bei dir? Ja, aber ihr wart wegen gerade extrem laut Entschuldigung, das war nicht unser Rat Wir waren in Rage Das sah aber auch besäuert aus, ey Sah aber auch besäuert aus, ey Ich snüpfe Oh, oh Jetzt komm rein Oh, 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 oh Warte, ist in mir verschwunden Oh, guck mal, wir haben uns noch aus dem Arsch geguckt Ja Das ist so bescheuert Gellach, komm mal rein Ist lock an! Gellach, komm rein Gellach, komm rein Ich steck fest Ich steck fest Ich steck fest Ich steck fest, Alter Nein! Oh, oh Wo? Achso, wegen, äh, selber Wumm Lass mich raus Ich komm nicht raus Ich komm nicht raus Ich komm nicht, Alter Ich steck mal hier drauf Ich steck fest Scheiße Nein, wir haben uns mit dir Oh, klapp nicht Oh, oh, ich bin raus Oh, Leute, das ist nicht Der ist nicht auf dem Bett Guck mal Ich steh was Scheiße Jetzt kann ich's aufstehen Also da runter Du stehst da Nein, Mann Du stehst hier Nein Ah, jetzt, Alter Oh So Alles bei Ansinnen Oh Oh Wir passen da nur in U3 Oh